Ein weiteres Argument gegen unseren Vorschlag, dass die Menschen alles frei und selber entscheiden können, ist, da würden sich dann Monopole bilden. Das nenne ich den Mythos der Monopolbildung. Genau das ist nicht möglich in einer freien Marktwirtschaft. Es gibt kein einziges Monopol auf der ganzen Welt, kein privates, sondern immer nur gesetzliche, wie die Transportmonopole der Bahn oder früher der Post oder das Zentralbankmonopol der Banken, das in Wirklichkeit der Kartell der Großbanken ist. In privaten Märkten kann es gar kein Monopol geben, weil es ja immer tausende von Konkurrenten gibt. Da gibt es dann auch den Streit, brauchen wir eine Kartellbehörde. Eine Kartellbehörde erreicht wie alle staatlichen Einrichtungen das Gegenteil von dem, was es erreichen wollte. Das hat die Philosophin Ayn Rand mal sehr gut erklärt. Was passiert bei einer Kartellbehörde? Wenn ein Unternehmen einen zu hohen Preis verlangt, einen höheren Preis als die Konkurrenz, dann behauptet die Kartellbehörde, die würde sein Monopol und seine Marktmacht ausnutzen. Verlangt er denselben Preis wie die Konkurrenz, behauptet die Kartellbehörde, dass sich die alle absprechen würden. Das heißt, es wären legale Preisabsprachen. Und verlangt das Unternehmen weniger als die Konkurrenz, dann heißt es, der macht Dumpingpreise, bietet Dumpingpreise an, um die Konkurrenz aus dem Markt zu drängen. Das heißt, eine Kartellbehörde kann immer nach belieben Unternehmen zerstören. In Wirklichkeit macht das natürlich der Wettbewerb selber, weil ja, nehmen wir mal an, es gibt Preisabsprachen oder es gibt ein Monopol und die verlangen zu hohen Preise, dann muss der neue Anbieter ja nichts anderes machen, als einen günstigeren Preis anbieten. Der muss noch nicht mal eine bessere Leistung anbieten. Deswegen gibt es auf der ganzen Erde kein einziges privates Monopol. Da empfehle ich dann auch die Literatur der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, auch Mördel Rothbard, Roland Bader, Thorsten Polleit, da kann man das auch ausführlicher nachlesen und sich mit den einzelnen Märkten beschäftigen. Also Monopole werden immer nur dort errichten, wo der Staat die Gesetze zugunsten des Monopols macht.